hey what's up guys we are gonna doing a deck profile for my infernity deck das ich ja vor ein paar tagen gezeigt habe und zwar machen wir einen kleinen rundown mal eben wir kennen das ja schon wir haben triple archfiend one dark rapper double steigen street patrol double amageddon night triple necromancer double avenger and double mirage für spell line up haben wir eine allure einmal one for one eine reinforcement dark hole foolish rebound double duality double space ein launcher logischerweise und für strap line up double infernity inferno bottomless double infernity break double device double fiendish chain triple infernity barrier and one solemn warning in meinem extra deck habe ich ein mice worm double void ogre dragon double hundred ice dragon double infernity doom dragon scrap dragon storage dragon gaia knight one steigen sergeant cataster double laval world chain and one leviere okay das wie man auf anhieb sieht ist dass die synchro version der infernities es gibt jetzt auch eine exit version aber darum geht es in diesem video nicht also warum warum das und das und wie sind die combos verstehe ich nicht bla bla blub okay drei archfiend drei archfiend drei necromancer und ein bis zwei avengers beziehungsweise mirages sind ja so sind ja logischerweise normal brauche ich nichts zu erklären also archfiend sucht sämtliche art infernity karten wenn er gespecialt wird auch sich selbst kann er suchen wenn man gerade in der situation ist greffer halt um die hand und den friedhof also die hand zu lernen und den friedhof etwas zu füllen logischerweise denn wer es nicht weiß die effekte der infernities können nur aktiviert werden beziehungsweise kommen erst wenn man keine handkarten mehr hat deswegen spielt man logischerweise auch einen relativ niedrigen monster count in diesem fall ich spiele 15 wie man unschwer erkennen kann zwei street patrols der wichtige teil ist wenn der sich im grave befindet kann ich ihn verbannen um ein fiend monster äh von meiner hand zu specialen mit 2000 oder weniger atk amageddon knight ähm je nach je nach ähm dingens äh hand sag ich mal wenn ich eine rote habe muss ich sehen äh welche welchen von beiden ich am ehesten sinnvoll finde wenn die hand voll ist voller monster dann greffer logischerweise und wenn nicht dann halt amageddon knight deswegen bin ich persönlich der meinung nur drei slots für diese drei monster zu nutzen das heißt entweder drei von einer sorte 1 zu 2 2 zu 1 oder generell von einem nur drei ich bin der meinung dass greffer plus 2 amageddon knights doch eine relativ stabile variante ist necromancer ist prinzipiell unsere plus one machine wenn halt keine handkarten vorhanden sind darf ich ein infernity monster von meinem grave specialen avenger effekt ist uninteressant und so interessiert eigentlich nur dass er ein level 1 tuner ist mirage ist ähm prinzip der launcher mirage ich tribute um zwei infernities auf meinem grave zu specialen allure halt um vielleicht was totes zum beispiel mhm zweite mirage zu entsorgen die ich grad nicht brauche one for one ist auch klar roda für armageddon knight und greffer staple ähm um was in grave zu kriegen was grad sinn macht oder beziehungsweise um sachen in grave zu kriegen die ich in die ich nicht rein ziehen möchte reborn ist klar duality ist denk ich mal auch klar space kein heavy aus dem grund ich mein guckt's euch an infernities leben teilweise von ihren barrier trap gesuche und so weiter und so fort infernity inferno plus ähm oder was heißt plus zusätzlich zu greffer und amageddon knight noch inferno dazu damit wir unseren grave beziehungsweise unser grave setup gut hinbekommen bottomless ist kein thema infernity break oder launcher ist dasselbe wie mirage du kann er hat im prinzip zwei effekte der wichtige ist schick ihn von äh fällt auf grave um zwei infernities zu specialen der andere ist ich kann einmal pro zug ein infernity von hand auf grave geben falls meine hand ein bisschen dumm aussieht sag ich mal archfiend übrigens noch das coole wenn wenn ich in ihn rein ziehe während ich kein also wenn er die einzige karte auf meiner hand ist während ich in ihn halt rein ziehe darf ich ihn specialen und wenn er gespecial wird logischerweise darf ich mir wie vorhin schon erwähnte infernity karte suchen so ähm infernity break ich äh kann ich auch nur wieder aktivieren wenn ich keine handkarten hab das heißt logischerweise set set all or nothing und dann darf ich eine infernity karte auf bann setzen von grave um eine karte auf dem feld zu schießen ne auf der eine karte meines gegners zu schießen kann ich zum beispiel den launcher bannen die mirage die mir gar nichts nützt nicht wirklich oder vielmehr ich würde eher die barriere bannen die nützt mir auch nichts auf dem grave ähm die weiß und chain ähm sind selbsterklärend chain aus dem grund und ich kann denke ich kann ich kann schließlich keine effekt wähler und maxis spielen oder ähnliche geschichten deshalb muss ich auf sowas zurückgreifen infernity barriere auf drei beste konterfalle oder beste falle die das deck haben wird und ein solemn extra deck mal eben durchgehen meistwurm wir können auf 9 gehen da ich aber nicht den beatle spiel ich gebe mal kurz ein und um damit man sich mal eben ein bild machen kann hier der infernity beatle level 2 tuner effekt wenn du keine handkarten hast tribute ihn um bis zu zwei andere infernity beatles aus deinem deck zu specialen der wäre vielleicht eine option wenn man nicht so auf wenn man eher auf 9 gehen möchte aber gut geben das seine ne void ogre dragon ähm im prinzip der sheen sprich der negierungseffekt von sheen aber nur aktivierbar logischerweise wenn wir wieder keine handkarten haben passt eigentlich perfekt in dieses deck beziehungsweise wurde dafür konzipiert plus es hat nicht die schwäche von sheen dass er überrannt wird ich meine er hat 3000 def und atk und da muss man erstmal drüber kommen ohne spells und traps zumindest ohne eine so dann haben wir 100 ice dragon da gibt es eine combo beziehungsweise wie man schnell seine barrieren ran holen kann infernity doom dragon sozusagen der hyperion als synchro monster und hat auch einen wolker effekt sozusagen also der schießt im prinzip wichtig ist wenn wir eine face down karte schießen äh oder vielmehr ein face down monster kann nur monster schießen wenn wir eine face down äh ein face down monster schießen dann werden dem gegner keine life points abgezogen da wir die atk nicht identifizieren konnten oder doom konnte ihm nicht identifizieren scrap und stardust sind drin um halt für den notfall da sie meistens eh nie gerufen werden gaia falls wir mal auf 6 gehen müssen halt just in case stygian sergeant sozusagen bls in klein für infernities ähm wenn er ein monster im kampf zerstört muss ich darf ich gleich nochmal angreifen aber dann mit 800 atk mehr kataster ist auch klar ähm lavalval chain ich mein was was gibt es ein besseres äh foolish plus ein archivien zu zu top decken und halt falls ich in die situation gerate dass ich zwei äh necromancers auf dem fällt habe kann ich eventuell eine mirage wiederholen also und das ist auch nicht verkehrt würde ich sagen so dann zu ein paar kombos im prinzip ähm im prinzip ist es so du musst gucken ich muss meine drei monster rankriegen die aus fällt kriegen synchro acht machen barrieren ranholen und das hat man denke ich mal alles schon gesehen ähm mirage ähm ähm also man kann im prinzip so machen man lernt seine hand specialt irgendwie den archivien meinetwegen durch eine street patrol sucht sich dann die mirage gegebenenfalls dass schon die anderen beiden necromancer und avenger im grave sind ähm ja und wir können dann ein bisschen action machen und zwar wir sagen wir haben archivien auf dem feld nichts anderes ähm mirage wir holen uns avenger und necromancer vom grave haben eventuell noch einen anderen archivien aber das haben wir dahingestellt das ist uninteressant gerade ob wir noch einen im grave haben oder nicht dann können wir nämlich folgendes machen wir gehen auf synchro acht wir gehen einfach mal vorzugshalber auf void on grid dragon um ein bisschen sicherheit zu haben oder ne anders da wir mirage im grave haben können wir auf hundred eyes dragon gehen ban ban mirage halt hundred eyes dragon hat den effekt ich kann einmal pro zug ähm ich kann einmal pro zug ein dark monster des levels 6 oder niedriger ban und und hundred eyes bekommt dann den effekt des verbannten monsters zweiter effekt der uninteressant wo unser deck ist wenn er zerstört wird und auf dem grave geht darf ich mir ein earthbound searchen aber es ist uninteressant für das deck nur mal so ums zur vervollständigung halt ums mal hier zu erwähnen äh äh okay wo waren wir ach so genau damit können wir im prinzip unsere barrieren oder ähnliche geschichten vielleicht unseren launcher um das ganze nochmal zu machen um zwei barrieren ranzuholen nur mal so als beispiel wozu der hundred eyes da ist also es ist im prinzip entweder um necromancer effekt zu usen oder halt um mirage effekt zu usen beziehungsweise zu re-usen ähm scrap stardust ja der rest ist eigentlich selbsterklärend also wenn man wenn man erstmal den bogen raus hat beziehungsweise das deck läuft dann ist das alles kein thema dürfte eigentlich locker flockig von der hand gehen und ja äh wenn noch fragen sind ideen sind meinungen sind vorschläge sind dann bitte in die kommentare wir sehen uns im nächsten video wieder also bis dann und ciao